Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir müssen ja immer noch questen. Wir haben ja Tag und wir sind immer noch nicht gut genug gewappnet, um unsere Basis so aufzubauen, wie wir es gern hätten. Ich würde aber gerne nochmal einen Schraubenschlüssel herstellen. Dafür brauche ich... fürs Looten unterwegs. Dafür brauche ich geschmiedetes Eisen. Ja, kann ich auch. Wasser. Aber ich brauche geschmiedetes Eisen, zwölf Stück. Da hatten wir auch nichts mehr von, ne? Äh, drei. Drei hätten wir. Äh, mechanische Dialog. Kannst du mir auch herstellen? Was denn? Schraubenschlüssel? Hm? Ja. Äh, vielleicht. Das heißt ja, Ma'am. Na sicher. Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob ich genug geschmiedetes Eisen rauskriege. Ist mir egal, dann machst du mir einen. Nein, Spaß. Äh, ich... Aber ich gebe mir Mühe. Ne, gib's ja eh nicht. Machst du nie. Ich werde für sie, wenn ich so einen Zweitklassigen machen, der beim dritten Mal Schraube anziehen schon bricht. Ja. Ich guck mal. Doch, kann ich machen, ja. Cool, mach mal bitte. Oh, das ging aber schnell. Äh, Schraubenschlüssel. Das Eisen schmieden, das ging schneller als den Schraubenschlüssel herstellen, du. Dö. Dö. Klar, Moment, wir sind gleich zurück. Äh, und läuft wieder. Sehr schön. Sicher, das läuft? Ja, auch mit Ton und so? Äh, ja, 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 ja. Ton ist an, du bist an, spiel ich an, bildschirm ist an, videoaufnahme ist an, mikrofon ist an, meine Kopfhörer sind an, nur bei mir im Kopf, da ist das Licht aus. Ja. So, Schraubenschlüssel. Wollen wir noch einen machen. Ja. Ist aber nur Stufe 1, weil gebildet habe ich nicht. Besser als nächstes. Hier, äh, kannst du deine Ernte einmal abbauen und neu anpflanzen, eben? Warum machst du das nicht? Äh, du hast das doch gelevelt, oder? Wegen der Samen. Und hier, ich habe noch was für dich. So viel kriege ich da aber auch nicht raus. Bitteschön. Danke. Ja, wollen wir dann gleich wieder Beider stratzen? Hm, ich wollte ja nur was gucken. Wie ist denn, kann ich hier so rum? Und dann haben wir hier auch noch Platz. Hm. Bei Breitbild zu gehen, ja? Na, ich will hier nur einen ran machen. Ja, meine ich ja. Ja. Ach, willst du nur oben ran bauen, oder willst du eine ganze Wand stellen? Ja, ganz zur Wand wieder. Ja, okay. Das sieht ja sonst doof aus. Obwohl. Wir hatten eine Quest angelungen in 1,1 Kilometer Entfernung. Äh, ich. Hier, aber eigentlich könnte ich auch nur hier, ne, ich kann hier auch eigentlich nur ein Gestell, äh, ein Geländer machen. Das ist ja nur zum Rumgehen. Dadurch, dass ja jetzt hier die Holzdings auch wegfällt, dann brauche ich ja keine Dinger machen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Ich brauche da jetzt nicht eine extra Wand noch ziehen, oder? Weiß ich nicht. Patrick, lass es. Oh, los? Ja. Geil. Aber ich brauche doch da trotzdem keine extra Wand ziehen. Wenn ich einen Betonmischer habe, wo bist du denn? Ja, ein Zementmischer dauert ja noch 100 Jahre. Ja, aber meinst du, ich soll da denn doch noch eine Schicht drüber machen? Ja. Ja, ich muss, glaube ich, auch, damit ich zur anderen Seite auch vernünftig rumkomme. Dann kannst du auch von innen und von außen, die Wände, ne, innen die Wände sind ja zementiert. Du brauchst doch nur noch von außen zementieren. Das geht doch dann, wenn du eine Wand hast. Ja, mach ich da noch nicht vor. Das passt doch. Ey. So. Ich kann essen. Warte mal. Ein Kilometer Wanderschaft. Also wir looten jetzt aber erstmal, ne? Oder? Auf dem Weg dahin, würde ich sagen. Aber die ersten Häuser sind alle leer. Die hatte ich schon. Sieht doof. Ihr habt doch gerade gegessen. Wo wollen wir denn jetzt hin? Na, zu deiner Questa in 950 Metern Entfernung. Ist ja nur buddeln. Ja, aber der Weg ist weit, ne? Wisschen seicher, wollen wir nicht erstmal, äh, looten? Ne, ich würde auf dem Weg dahin. Ja, ich hab's doch verstanden. Ne, und auf dem Weg, auf dem Weg zurück vielleicht auch, Jasmin. Alter, echt? Nein, nein. Auf dem Weg zurück, da würde ich auch nochmal looten. Das war nicht hier den Hinweg, sondern nur den Rückweg überladen sind, nicht? Fällt von hier hinten einfach mal so ein Zahnstocher um. Warte doch auf mich. Ja, 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 ich bin hier. Hä, wo denn? Ja, hier, hier. Ich hüpfe. Da. Ja, ja. Im Dead End. In der Sackgasse. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher, dass ich ab hier hinten, wo die amerikanische Flagge auf dem Dach weht, ich glaube, hier habe ich noch nicht gelootet. Warte doch. Ja, ja, ja. Hier warst du noch nicht. Ne, ne, hier war ich noch nicht drinnen. Das ist alles Panzerglas hier. Oh. Waren wir hier doch? Ja, hier waren wir, glaube ich, schon. Aber in der Postfiliale waren wir nicht drinnen. Ja, komm. Wir wollen sie nicht wecken. Ich? Ne. Toll, jetzt hast du sie wach gemacht. Ja. Entschuldigung, Mem. Klingen sie sich wieder schlafen. La, 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 la. Wenn sie jetzt hier Metall abbaut, dann kann ich ja rein theoretisch alles andere erst mal mitnehmen. Brauchst du Hilfe? Nö. Ich habe mich nur erschrocken, weil der direkt um die Ecke stand. Oh, scheiße. War gerade im Lootback drin. Mhm. Oh, wir haben keinen Dietrich, ne? Nee. Kade. Hätten wir nämlich das Geldding aufmachen können. Ja, leider nichts dabei. Ach, 1000 HP. Nix da. Ich ziehe weiter. Das ist mir zu viel des Guten. Aua. Was denn? Bist du gestolpert? Musst du aufpassen. Nee, mein Arm. Ich habe meinen Arm gerade in echt geklemmt hier. Also ich hänge hier gerade fest mit meiner Haut. Stellenweise waren wir hier schon, ne? Oh, hier. Was ist das denn? Verbessert die Handfertigkeit an der Arbeit. Oh, hier waren wir noch nicht. Eine Kartoffel. Würde ich auch im Flur lagern. Ich gehe erstmal nach oben. Warte doch nicht, ey. Er geht lieber drauf. Na, ich glaube nicht, dass das hier so wild ist. Wo bist du denn? Äh, ich bin oben. Also die Treppe einmal hoch. Und wieso kommt da einer mir entgegen? Äh, der kam von der anderen Seite. Brauchst du eine Skibrille? Wau hin damit. Ich bin auf dem Dachboden, ja? Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ich muss mal raus. Ich habe halt ein scheiß Werkzeug, also eine Kackwaffe. Das ist halt mega scheiße. Ja, ich komme einen runter. Brauchst du noch Hilfe? Ne, ich war ja gerade drin, aber ich bin rausgelaufen. Ah. So, hier war ich noch nicht drin. Dahinter ist eine Toilette. Schwöre ich dir. Was sagt man dazu? Ist noch Klamotten? Oh, der ist sogar was wert. Ah, jetzt ist hier ein Brett im Weg, du. Ich habe ein Brett vorm Kopf, Jasmin. Wo kommt jetzt hier was? Hier oben bei mir. kam was. Ich passe hier immer noch nicht durch. Breite Schultern. Eindeutig breite Schultern. Oh, hier geht es nochmal runter. Aber da bin ich nicht alleine hin. Ja, ich komme gleich. So, denn. Äh, ganz oben. Aber wir haben so viel Farbe. Aber nichts Besonderes hier auf dem Dachboden. Da, 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 da. Ich muss erst mal gucken, wie ich zu dir hinkomme. Ich habe deine Speerspitze gesehen, aber ich war so. Ja, okay. Oh, ich dachte, du wärst schon einer. Das war's. Ja. Oh, eine Kartoffel. Akatoschka. Wunderbar. Oh, oh, oh. Oh. Kein Schleichschadenbonus. Äh, wo bist denn du? Ah, ich sorge dafür, dass die Frauen wegen mir ihren Kopf verlieren. Ja, das beantwortet jetzt trotzdem nicht meine Frage. Äh, ich bin die Tür, die zu war, an der du vorbeigelaufen bist. Die habe ich aufgemacht. Achso. Ja, ja. Aber der ganze Tumult ist schon vorbei jetzt mal. Aber hier habe ich keine Probleme hier unten, habe ich hier, ne? Alles easy peasy. Ist das besser als die Mod, die ich habe? Das ist für dich. Äh. Macht Sinn. Yes. Gefechte in der Stadt. Band 1. Militärtarnstiefel. Fertige Militärtarnstiefel. Die Geräusche beim Bewegen reduzieren und kein Ausdauermalus besitzen. Ausdauermalu. Ausdauermalus. Ich habe mir das gedacht, ich habe da irgendwie so ein Wortfehler, so ein Lesefehler drin. Kennst du das? Und? Wer hier am Schluss bist du jetzt gekommen? Ich war richtig. Hier, warte. Wo du schon mal da bist. Für dich. Habe ich eine Zweier oder Dreier? Zweier Taschen habe ich da drin. Das nehmen wir mal raus. So. Ihr warst da schon in dem Tunnel? Äh, warte, ich habe noch was für dich. Nee. So, das können wir dann gleich mit verscherbeln. Aber ich gehe jetzt rein. In den Tunnel dieser Stadt gibt es nichts. Hier kommst du in eine Garage, wenn du dich hochbaust. Ja, ach so, da. Ja, da wäre ich was runtergefallen. Aber jetzt nicht so weltbewegend hier, ne? Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, nachdem was du hier gepriesen hast, wie die Hütte aussieht. Da wäre die Tür. Oh, du hast dir Mühe liegen lassen. Oben. Hey, ich war gar nicht oben. Oh. Ach doch, hier war ich. Ja, 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 ja. Hey, wo gehst du jetzt lang? Mann, Alter. Zu deiner Quest. Ich wollte jetzt nicht noch eine Tür aufschlagen. Wenn es okay für dich ist. Ja, dann lass jetzt machen, das wird bald dunkel. Ja, ich muss nur kurz einen Happen schnabulieren. Ach, da hinten an der Tankstelle? Entscheidend. Hier sind zwei Nester. Ja, nimm mal mit, ruhig. Ich hack gerade Holz. Ich bin sieben überladen. Ich bin sechs überladen. Ich habe keine Eier. Endlich sieht er das mal ein, ey. Ja, Jasmin, ich weiß, es war lange ein großes Geheimnis, aber ich habe keine Eier. Da, 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 da. Oh, guter alter Ultimertrecker. Boah, das ist noch so weit weg. Das sind ja immer noch 500 Meter. Äh, du wolltest da unbedingt gerade hin. Ja. Müssen, müssen. Oh, geil. So. Damit ich auch nachts wieder ein bisschen was zu basteln habe. So. Benzin ist immer gut. Später. Wo bist du denn? Äh, bei Herm Schwarm. Hä? Äh, ich glaube, Herm Schwarm heißt hier. So. Äh, ja, ich warte mal auf dich, ne? Ich bin neun überladen, ey. 13. Egal, was du sagst. Immer vier mehr als du. Oh, du bist schon da? Bist du geflogen, oder was? Okay, ich bin proppevoll. Hier, zehn überladen. Müssen wir jetzt langsam zu deiner Quest, bevor der Hunger kommt. Äh, Hund. Hund. Oh, das ist willig. Wo einer ist, kommt meistens noch mehr, ey. Ja. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, Jasmin. Habe ich gleich nichts mehr zu beschränken. Nö, vielleicht finden wir noch einen Fluss, oder so. Boah. Hast du das gesehen? Eul in den Kopf. War das ein Baumstamm? Mhm. Und Stein. Ja, aber Stein jetzt noch abbauen. Ich möchte jetzt erstmal die Quest machen, damit wir wieder zurück können. Genau, und auf dem Rückweg dann, ne? Dann sehen wir ja auch, wie viel Zeit wir noch haben bis Nacht. Da ist noch ein Baumstamm. Honey, honey, honey. It's off honey. In the rich man's world. Aber da war kein honey, honey, honey. Meine Nase geht zu. Oh, wieder. Oh. Immer gegen Nacht. Irgendwie. Zur Zeit. Honig. Ja? Honey, honey, honey. Oh, siehste. It's so funny. Hinten links kommt einer. In the rich man's world. Oh, hier ist Kohle auch. Blei. Stein. Ich mach nur einen kleinen Bogen, weil hier noch ein Baumstamm ist. Nö. Nö, 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 nö. Oh Gott, du bist ja schon 79,9 Meter vor mir. 83. Du rennst, ne? Ich hab keine Ausdauer. Könnt ihr jetzt ein Bier vertragen? Komm wieder. Ich hab kein Alkohol, äh, ich hab kein Alkoholproblem. Der Arzt sagt, ich soll drei Liter am Tag trinken. Hä, wieso? Warum war ich denn jetzt? Bist du infiziert? Nein. Oh, jetzt hau ich dir einen auf den Latz. So, jetzt reicht mir das aber. So. Einfach durchmarschiert. Oh, Jasmin, ich kann dich sehen. Und riechen. Was? Ey, was ein Tagesritt hier bist du deiner Grubenstelle. Du musstest ja auch das Weiteste nehmen, ne? Hm. Hast du das Weiteste genommen? Nein, ich hab das Erste genommen, was da stand. Oh, okay. 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 Oh, Meisterschütze. So. Das war wichtig. Oh, hier, Nitrat, ey. Ja, ein bisschen weit weg. Leider. Was? Äh, die Mine. Von unserer Basis, wenn man's so nimmt. Oh. Zumindest bis wir ein Auto haben. Aber das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Oh. Drei Stück? Ja, ja. Soll ich das Nitrat gleich nehmen? Weil ich hab das sowieso schon in der Tasche. Ja. Hier, warte. Hier. Hier. So. Du mach mal deine Buddel-Quest. Ich fahr mir jetzt hier Nitrat. Arbeitsaufteilung. Nee, am besten wär, wenn wir beide zusammenbleiben, wegen den Zombies. Na gut. Außerdem findest du irgendwie die Schätze immer. Du musst nur den Kreis im Auge behalten. Ja, nö. Nö, nö, nö. Vorne links ist noch ein Huhn. Richtung deiner Buddelstelle. Weißer, ihr seht. Die folgenden Spieler sind zu weit entfernt. Ich bin da. Zeitlupe. Ja, ich bin, äh. So, jetzt geht's. So, dann wollen wir mal, nö. So, rein ins Loch. Rein ins Vergnügen. All you need is Bly. Du, 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 du. Aber ich ne, da bin ich im Schatz. Ich auch. All you need is Bly. Du, 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 du. Aber wir sammeln Lehm. Du, 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 du. Bin ich noch mittig vom Kreis? Nö. 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 Ich glaube, hier hat er gesagt. Hier ist er versteckt ungefähr. So meinte es der Händler. Ah. Ah, siehste. Ah. Wo denn? Hab den Schatz. Ja, nimm mit. Wir sind Zombies. Oh, und dann auch noch der Fette. Oh, und ich habe keine Haulsauer. Ah. Brauchst du noch Essen? Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Brauchst du noch Essen? Ich gehe hier gleich drauf. Ja, ich muss erst mal hier hochkommen. Ja, und ich bin gleich tot. Ich habe keinen Bock. Lauf doch zu mir. Wo bist du denn? Ja, du bist lustig. Ey, ich verblute hier und ich soll zu dir laufen, ne? Ich habe Verband. Ja, ich auch. Nee, fragt der mich, ob ich Essen brauche. Nö, falsche Waffe. Und die ist nicht geladen. Nein, 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 nein. Ja. Ja, happy birthday. Oh mein Gott. Oh, war das dumm. Dein Ernst? Der Dicke kann schwingen? War jetzt vielleicht nicht so schlau zu schießen, ey. Yo, Alter. Was ist denn das hier für eine Pisse? Ich habe keinen Verband mehr. Hier, ich habe, ich habe, ich habe, komm her. Schnell, 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 schnell. Ich sterbe. Nein. Oh, geil. Das war so knapp, du warst so dicht dran. Also ich höre jetzt nur noch auf mein Bauchgefühl. Nächstes Mal mache ich das nicht. Was denn? Mitgehen. Hä, es war deine Quest. Du wolltest die. Es war deine bei meinem Rucksack. Der Rucksack liegt ja da, ne? Du hast dir doch die Quest ausgewählt. Ja. Aber ich wollte die nicht machen. Erst mal. Toll. Die ganzen Punkte wieder weg. Ich habe dir da ein Buch reingelegt, ne? Die ganzen Punkte wieder. Weniger. Das ist jetzt natürlich ärgerlich gelaufen. Vor allem so auf dem Millimeter. Du hast den Verband gerade eingesteckt. Ich habe ein bisschen gestorben. Also ich gehe jetzt nach Hause. Ja, ich komme mit. Ich bin aber nicht so schnell wie du, ne? Ich bin auch schon voll langsam. Ja, aber immer noch schneller als ich. Da ist noch ein Chicken, Jasmin. Möchtest du ein Chicken? Ich kriege die immer nicht. Ich? Ich? Nee, nee. Ich habe die Melodino mitgedut. Aber das mit Erscheine bei deinem Rucksack ist auch neu, ne? Das war vorher nicht. Ja, vorher hattest du ja auf deinem Bett und bei deinem Bett. Ja, und jetzt hast du noch bei deinem Rucksack. Ja, das finde ich auch viel besser. Gerade wenn du wirklich mega weit weg bist. So wie, was weiß ich, dein Teammate zum Beispiel nimmt eine Quest am anderen Ende der Map, ne? Ich habe da nicht drauf geguckt, wie weit sie weg ist. Ich habe einfach nur die Vorräte gedrückt und fertig. Boah, der ist aber krass gewachsen, der Baum. Du distanzierst dich von mir. Ich gehe ganz normal. Ja, ich komme nicht hinterher. Wie veranbreitet das hier? Aha. Wenn du irgendwo einen Stein siehst, kannst du ja anfangen mit abbauen und da auf mich warten. Vielleicht. Habe ich eigentlich... Bup, 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 bup. Äh, nee, schade. Oh. Das ist ja so warm, ey. Ja, ich bin Min. Ja, ich bin Min. Wo bist du denn? Ich kann dich gar nicht sehen. Alter, du bist schon 80 Meter weg. Baust du einen Stein ab? Nee, Blei. Ah. Ist auch schön. Weißt du, was dich richtig motivieren wird, das Blei abzubauen? Ein bisschen Musik. Oh, nee. Hilfe. Ich bin schon fast bei dir, Jasmin. Wir werden für immer zusammen sein. Du und ich. Ob du das willst oder nicht. Äh, ich mache mal gleich eine... einen Marker. Bist du abwesend? Nein. Okay. Ich dachte schon. Oder wartest du noch nicht? Ich habe was geguckt. Ah, okay. Ah, Jasmin. Mein Kopf, ey. Oh. Meine Gehirnerschütterung macht mir so zu schaffen. Hm. Da hinten ist, glaube ich, Eisen. Oder ist es Stein? Hier ist Eisen. Also, nein. Ja, ist Eisen. Ja, ist Eisen. Ja, da war er zu schnell. So, hier habe ich noch einmal. Ja. Kollege, du komm erst mal in meine Nähe, wa? Ja, mach da einen Tumult. Es wäre so cool, wenn du ihn mit dem Baum erschlagen würdest. Bin ich zwölf überladen, ey. Ich 14. So. Das war jetzt einfach. Kommst du? Äh, ja. Oh, wir haben es ja auch schon wieder 20 vor 8, wa? Hm, deswegen gehe ich. Geh nicht, Jasmin. Denn es macht jetzt keinen Sinn. Vorzugehen. Ich halte dich fest. Neudige Brille habe ich. Ja. Ja. Tö, tö, tö. So. Oh. Bist du da jetzt das Things mitgenommen? Ja. Oh, ich habe mir jetzt gerade extra Platz gemacht. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. So, 20 Fleisch haben wir jetzt in der Tasche. Das ist gut. Und abmarsch, ab nach Haus. Und, 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 und ein Kadaver, Jasmin. Und ein Kadaver. Abrakadaver, sage ich immer. So, gehen wir jetzt hier lang. Äh, hier ist der Händler. Der wäre doch zu. Nö, noch nicht. Da können wir doch schnell die Quest abgeben. Und dann, äh, gehen wir weiter nach Hause, wa? Aber ich gebe jetzt auch nur die Quest ab. Ich gucke jetzt nicht wegen Kaufen oder so. Äh, ich kriege ja keine Belohnung. Was soll ich hier? Äh, doch, kriegst du. Nein, hab ich, ich bin doch gerade hingegangen. Hä? Du kriegst trotzdem eine Belohnung. Wir sind doch verbündet. Achso, da bist du ja schon. Ich bin schon lange hier. Ich habe schon mit ihm geredet, aber ich kriege nichts. Achso, versuch mal gleich nochmal. Äh, was soll ich nehmen? Erste Hilfe-Verband, fünf Stück, Rohrbombe, Bauplan oder Wasserzehen? Na mal Wasser, bitte. Aber ich kann es nicht einstecken gerade. Äh, ich werde mal was rausschmeißen. Kannst du es... Oder warte. Ich könnte noch ein Fahrrad mitnehmen, zwei Wasserfilter, ein Alt-Rüstungspaket, Bauplan oder Fallenpaket. Ich würde Fahrrad oder Wasserfilter. Fahrrad? Ja. Ein ganzes? Ja, ich denke, Teile oder keine Teile. Nee, nee, ein ganzes, also ein ganzes habe ich gekriegt. Ja, dann nimm Fahrrad mit. Ja. Äh... Hä, wieso kannst du dir zweimal was aussuchen? Äh, meine Quest noch. So. So. Ich krieg trotzdem nix. Kriegst nix? Nein. Hier, warte mal. Du kriegst von mir was. Ja, nee, ich will das nicht kriegen, weil ich krieg ja nicht mal Punkte. Das bringt mir das Zeug da. Aber normalerweise müsstest du Punkte gekriegt haben. Also auch bekommen. Ah, nein. Ich glaub, das geht auch nicht. Also bei mir hat's vorhin funktioniert. Hä? Da hast du deine eigene Quest abgegeben. Nee, deine auch. Hä? Ich hab vorhin zweimal Belohnung gekriegt. Einmal für meine Quest und dann nochmal für deine. Du hattest doch meine wieder, oder nicht? Ja, ich hab jetzt deine Kiste gehabt, aber ich hab doch vorhin hattest... Keine Ahnung. Naja. Ich krieg nie was, wenn du was machst. Also. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass du in meinem Schatten stehst. Wieso bist du so viel schneller als ich? Das ist unfassbar. Die Fahrradklingel, die klingt endlich wie eine Klingel. Das ist ja langweilig. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich jetzt das Auto anhört. Wie soll ich das Auto anhören? Wie ein Auto. Nein, ich mein die Hupe. Ja. Wie eine Hupe halt. Okay. Lauf du schon mal vor. Ich beschütze dich. Da war ich jetzt aber stärker, als ich dachte. So, ich komme. Da bin ich wieder. Aber es ist ganz gut, dass ich das Fahrrad hab, weil ich bin sowieso mehr unterwegs. Schade, dass du nicht auf den Gepäckträger kannst. Das wäre halt auch noch geil. Oder so ein Kindersitz hinten drauf. Wo du dich dann reinflätzen kannst. Er macht sein Fahrrad schon Schrott. Quatsch. Quatsch mit Soße. Ich habe gedacht, ich komme da rüber. Aber guck mal, wie ich den Sound emuliert habe. Ja, ne, ist klar. Waren wir mit dem Fahrrad gehen gefahren. Loch drin. Ja, schön. Haben wir das zumindest geschafft. Meine Quest nicht mehr, aber immerhin deine. Die war ja schon eine Ecke weit weg, ne? Und katastroph. Und katastrophal war die. Du hast dich auch eine Kacke ausgesucht, du. So, wollen wir mal hier auffüllen. Ich guck, kommt hier was rein? So. Äh, Dosen habe ich nicht weiter. Äh, Gammelfleisch? Oh, ist voll. Geil. Dann kann ich ja bald wieder Beeteblöcke und so. Ich stecke mir das schon mal ein. Kann ich ja da schon mal weitermachen. Äh, Knarrenkiste. Schön, schön. Ist immer noch Leben drin. Ich lass das mal erst mal. Ähm, der ist noch weg. Da bist du drin. So. Kann ich die eigentlich hier noch mit reinmachen? Oder den hier? Nee, schade. Schade. Oh, das ist so weit. Das ist cool. Wasser packe ich oben in der Trinkkiste, ne? Wo hast du nur Messingheizkörper hingepackt? Äh, gar nicht. Habe ich noch gar nicht abgebaut. Ich schon. Kannst ja einschmelzen gleich. Zwei Minuten. So, und zu guter Letzt. Ach, Mensch, jetzt habe ich den Kleber gar nicht runtergepackt. Musst du noch mal runter? Nee. Fünf Honig haben wir noch. Schick, schick. Oh. Oh. Äh. So. Cool. Dann kann ich ja in der nächsten Folge schon mal ein paar Beete bauen. Dein Fahrrad ist gerade umgekippt. Oh. Das ist... Ganz alleine, ey. Ja. Hm. Sehr frech. So, was brauche ich noch? Leben. Ich glaube, du hast es umgeschmissen, weil du neidisch auf so ein cooles Fahrrad bist. Nein, ich bin gerade runtergegangen und dann ist es einfach umgekippt. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube dir mal. Verlassen. So, das war es aber von uns für heute von heute. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen bauen wir ein bisschen. Ist ja wieder dunkel, ne? Dunkel muss man bauen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Lasst gern ein Like da. Wir würden uns freuen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.